So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Wenn alles gut läuft, gibt es heute Abend bei Chim mit Ramses sogar einen Stargast, ne? Also nicht Stardust, aber einen Stargast. Ich habe beim letzten Mal, also vor zwei Wochen, dieses Groudon gemaxed auf Level 50. Und ich muss sagen, das war das Beste, was ich je machen konnte, denn seitdem benutze ich dieses Groudon immer in der GWL, in der Meisterliga. Ich habe dafür mein Giratina, das fliegende Giratina, rausgewechselt und habe dieses Groudon rein. Giratina habe ich eigentlich immer genommen gegen die Stahl-Pokémon, aber jetzt habe ich dieses Frau Deluxe Groudon gegen die Stahl-Pokémon da. Was ich eigentlich ganz cool finde, mit Lehmenschuss, Erdbeben, Feuerschlag, Feuerschlag, auch immer schnell bereit, immer zum Draufzimmern. Also, wenn jetzt ein Melmetal kommt oder jetzt ein Metagross, mache ich mir nicht mehr ins Höschen, sondern bin eigentlich gut aufgestellt. Er hält auch einiges aus, hat eine gute Verteidigung, ne? Und deswegen, joa. Letzte Woche haben wir dieses Kyoko gemaxed. Kaskade-Server-Blizzard. Weiß ich nicht. Den habe ich noch nicht in der GWL benutzt. Diese Woche möchte ich wieder sechs Pokémon maxen. Ein Pokémon, was ich nehme als Titel-Pokémon und fünf Vorschläge aus der Community, wo ich dann also hier diese Kommentare und in diesem Video mir durchschaue. Ihr seht hier auch ein Mimikma. Mimikma ist unser Maskottchen für den Oktober. Ice Scorpions hat ja wieder die Raid Mania gewonnen, für sich entschieden. In den Monat September hatte er die meisten Punkte in der Raid Mania-Liste, weil er am Mittwoch am meisten Punkte gesammelt hat durch seine Einladungen. Wer nicht weiß, was das ist, guckt einfach am Mittwoch mal in der Raid Mania, dann wisst ihr Bescheid. Und er hat wieder eine Umfrage gestartet, wo die Community abstimmen konnte. Von zehn Pokémon konnte man immer zwei auswählen, die man gut fand. Und Mimikma hatte insgesamt die meisten Stimmen und das ist deswegen jetzt also das Maskottchen für den Monat Oktober. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Eigentlich hatten wir auch mal ein Mimikma, aber... Achso, ja, hier hinten am Relaxo. Das ist sehr gut. Hier ist das Kanal, Maskottchen. Guckt's euch an. Sieht doch original so aus. Wunderbar. Das jetzt hier vor das Relaxo am besten. Damit wir das auch mal sehen. Da ist ja Halloween. So habt ihr jetzt das Mimikma vor dem Relaxo stehen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, einige haben gesagt, nehmen am besten am Montag dann Agro Stella als Vorschlag, als Pokémon. Aber ich finde das jetzt nicht so heftig und so genial. Ich würde also jetzt ein was machen, dass ich endlich damit fertig bin, weil wir letztens auch noch dieses Psychospektakel hatten. Ich habe vier Sterne und Dioxys. Wir haben ja damals den 100er-Hunt gemacht auf das Verteidigungs-Dioxys. Hat, glaube ich, 200, 260 Raids oder so gebraucht, irgendwas. Und letztens, als alle Dioxys-Formen nochmal da waren, habe ich in der Raid-Mania zufällig aus der Einladung von Aquanagirl noch dieses 100% Angriffs-Dioxys bekommen. Deswegen möchte ich das jetzt Power-Up-Up und das ist für mich heute das Titel-Pokémon, damit ich mit dem auch fertig bin, bevor ich es vergesse. Dann habe ich eigentlich keine Titel-Pokémon mehr und könnte immer was Aktuelles aus einem Event pushen. Ja, der kommt jetzt auf 2.916. Der kriegt auch von uns jetzt hier den Best-Body-Badge. Level 50. Achso, 100%. Hat er auch nicht dran gehabt. Habe ich ganz vergessen. Stand gar kein 100% dran. 2.916 Angriffs-Dioxys. Und ihr seht jetzt auch die Teamleiter mit ihrer neuen Grafik. Ich muss sagen, Teamgelb ist immer noch am coolsten. Guckt euch das an. Ist kaum ein Unterschied zu vorher. Sieht noch ein bisschen jünger aus. Wenn ich mir den blauen Nerd angucke, der von einer Dame zu einem Kerl umgewandelt wurde oder so. Ich habe noch keine gesehen. Direkt eine Bewertung, aber die Bilder sprechen für sich. Da sind wir noch gut bestückt, sage ich mal. So, das. Das erste Pokémon von 6. Das ist meins. Das habe ich gemaxed. Jetzt guckt mal mal direkt in die YouTube-Kommentare eure Vorschläge. Wir sortieren natürlich wieder nach dem Neueste zuerst. Fangen ganz unten an, was wir haben. Was wir vielleicht maxen können von euch. Henry, mein Vorschlag für die kommende Woche ist Togedemaru. Die kleine, süße Stahlmaus. Togedemaru. Wie immer sind die Regeln natürlich. Wenn ich ein 100%iges habe von dem Pokémon und genügend XL-Bonbons, dann werde ich das maxen. Wir haben hier ein Togedemaru. Ja. Das müssen wir jetzt nur noch maxen. Ziehen sie also einmal hier rüber. 510.000 Staub. Und es kommt auf 2.442. Gefangen in der Wildnis. Genau. Togedemaru mit Donnershock und Girubal. Attacken lasse ich natürlich alles so wie es ist. Hier packe ich auch den Level 50er Batch dran. Und natürlich den 100% Batch. Der fehlt dann nämlich auch noch. Das ist der Vorschlag von Henry. Ein Togedemaru. Fehlen noch 4 Vorschläge von euch. Wir gehen zurück. Madu. Agrosdella oder Pandifrost? Ihr macht es heute mit mir, oder? Zum Glück habe ich Agrosdella nicht genommen. Pandifrost habe ich kein 100%. Agrosdella habe ich ein 100%. Das werden wir maxen. Deswegen war das auch wahrscheinlich nicht das Titel-Pokémon. Ein Agrosdella, bitteschön. Sieht immer noch sehr speziell aus. 1905, das ist nicht so hoch. So, guckt euch das mal an, wie es hier seine Stacheln verschießt. Auf jeden Fall sehr interessant. Soll ja sehr gut in der Superliga sein, wenn es also unter 1,5 bleibt oder so. Und dann einfach mit einer mega krassen Verteidigung. Vielleicht ist das das neue Registil. Aber ich habe es ja eh überpusht. Also ist egal. Können wir hier auch. Level 50 und 100% Tag dran machen. Agrosdella, max out 1905. Zweiter Vorschlag. Sag mal du, dritter Vorschlag. Mein Vorschlag diesmal C-Britz. Und mir ist gerade klar geworden, dass Glu-Glu eh besser zu einem Glu-Manda gepasst hätte. Das ist süßer als Glu-Rack. C-Britz von Genaya. C-Britz ist noch nicht auf 50. Da hat es aber Glück gehabt. Drücken wir mal drauf. Ziehen das hoch. T-Britz von Genaya. 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 So, Amoroso ist auch nicht auf 50, aber fast alles hier Kando-Region, also ziehen wir es auch rüber, pushen das auf 50. Das war, glaube ich, die schnellste Max Out Monday-Folge, die wir je erlebt haben. 100% Level 50, Amoroso, 3.150, ist auch eigentlich ein richtig cooles Pokémon, aber wurde mittlerweile natürlich ersetzt von vielen anderen Sachen, die es sonst so gab. So, gibt es hier noch irgendwas? Wir grüßen natürlich noch an den Rest. Grüße an Nick, Grüße an Adiha, Grüße an Christina, Bonzak, Grüße an Miku, Instapowl, Baloo, Kai, Fernie, Jochen, Lil Bubblegum, Rain, Pognu, Konoi, Drey, Benjamin Engel, Akade Gregor, Lost Lift, Laurin Zobler, Scheinux, Gipsi, Löwenherz und Jannis Pokémon, Suchti. Hier steht auch nochmal kein Max Out, aber wie viele Best Buddies hast du? Kommen mir voll viele vor bei dir. Ich habe ihm geantwortet, 158. Kann man ja, wer das nicht weiß, auch suchen, wenn man hier eingibt, Kumpel und dann 5. Dann zeigt es dir alle Best Buddies an, also die hier so eine Best Buddy Batch haben, also so eine Schleife. Meistens habe ich, wenn ich ein 100% Legendäres hatte, habe ich das direkt als Versuch zum Best Buddy zu machen. Oder auf alle Mega-Entwicklungen habe ich versucht zum Best Buddy zu machen. Manche Pokémon, die ich richtig cool fand, habe ich versucht zum Best Buddy zu machen. Manche Pokémon musste man ja als Buddy nehmen, damit man sie überhaupt entwickeln kann. Die, wann dann angefangen, musste man dann leider auch noch weitermachen, dass sie Best Buddy werden. Wie so zum Beispiel dieses Flitiamo, dass man das entwickeln konnte. Du musstest es erstmal zum Buddy machen. Wenn das angefangen ist, passt das. Ihr könnt ja mal gucken, geht eure Begriffe hier durch. Kumpel 1 bis Kumpel 5 ist alles dabei. Ihr seht hier Kumpel 4. Die sind die nächsten, die am weitesten sind, die auf dem Weg zu Best Buddy sind. Ansonsten würde ich sagen, war es das schon wieder? Hier hat sich leider nichts getan, aber muss auch nicht. Das ist immer noch die WP-stärksten und höchsten. Und jetzt weiß ich jetzt schon wieder, dass es jemanden gibt, der dann drunter schreibt, Coole Folge. Ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal, max doch mal ein Riggi Gigas. Obwohl es halt einfach schon da ist, gemaxed. Aber die meisten, die gucken die Videos, glaube ich, gar nicht. Die schreiben einfach irgendwas drunter und freuen sich. Hauptsache immer erst da und jetzt mach mal das. So. Der Rest weiß Bescheid. Die Sammlung wächst. Die 50er wachsen. Wir wachsen. Alles waxed. Das war es von meiner Seite aus. Grüße gehen raus. Bis heute Abend. Peace out for out. Euer Ramses. Macht Vorschläge. Macht Vorschläge. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr jetzt nicht dran wart, dann schreibt euren Vorschlag, den ihr gemacht habt, der nicht dran wart, einfach nochmal unter dieses Video. Denn unter die Vorschläge von diesem Video werde ich ja versuchen, dann nächste Woche zu maxen. Oder wenn ihr dran wart, macht andere Vorschläge. Peace out for out. Euer Ramses.